Hallo, in diesem Video nur die Beantwortung einer Frage, die wir sehr oft unter unseren Videos bezüglich der Umgehung der sogenannten GEMA-Blockade erhalten haben. Dort hatten wir unter anderem das derzeit meistgesehene Video vom Rapper Psi gezeigt, welches von YouTube aufgrund der unklaren Rechtslage, YouTube gegen die GEMA, rein prophylaktisch von YouTube gesperrt ist. Daraufhin kamen viele Kommentare, weil sich die Zuschauer nicht vorstellen konnten, dass ein südkoreanischer Rapper bei der GEMA gemeldet ist, um dort die entsprechende Kohle einzustreichen. Problem allen Übels mit der GEMA ist im Grunde die sogenannte GEMA-Vermutung, die besagt, dass bei jedem geträllerten Lied automatisch angenommen wird, dass die GEMA die Wahrnehmungsrechte dafür hat. Ergo darf sie dann auch dafür das Geld einnehmen. Ob der Rapper also überhaupt die GEMA beauftragt hat, direkt oder indirekt, ist dabei absolut unerheblich. Aber wie gesagt, das gilt für jedes Lied, das in Deutschland öffentlich vorgeführt oder aufgeführt wird. Egal ob Oh du schöner Westerwald oder das damalige One-Hit-Wonder aus der Nazi-Zeit mit dem Titel Im Frühtau zu Berge wir marschieren fallera. Dafür müssen sie bezahlen. Insoweit könnte man die GEMA-Vermutung als Ermächtigungsgesetz für Arme nennen. Oder jedenfalls fast. Denn sie als Aufführender. Sie können bei der GEMA einen Antrag auf Freistellung des Liedes stellen, wenn sie sicher sind, dass der entsprechende Künstler nicht von der GEMA vertreten wird. Jedenfalls in der Theorie. In der Praxis ist das allerdings recht schwer bis unmöglich. Denn um bei der GEMA die Freistellung zu erreichen, bräuchten sie den richtigen Namen vom Rapper Psi. Gut, meine Kollegen als moralisch flexible Menschen, die tragen da einfach mal Kim Jong-Il in das Formular ein und freuen sich über die blöden Gesichter bei der GEMA. Aber dass das schon richtig schwer ist, das hat das Amtsgericht Frankfurt Main kürzlich wieder bestätigt. Da gab es nämlich eine Musik-CD, die vom Produzenten Musikpiraten erstellt wurden. Und auf der CD waren nur Musikstücke, die unter freier Lizenz standen. Freier heißt in Deutschland so viel wie, du darfst damit machen, was du möchtest, aber an die GEMA zahlst du trotzdem. Eines der enthaltenen Musikstücke wurde unter Pseudonym veröffentlicht. Das heißt, der richtige Name des Künstlers, der das Musikstück erstellt hatte, der war gar nicht bekannt. Und natürlich wollte der Produzent nicht an die GEMA zahlen, weil die CD mehr oder weniger kostenlos rausgegeben werden sollte. Die Frage war allerdings nur, wie heißt der richtige Künstler? Bei der GEMA die entsprechende Anfrage gestellt, wurde die Anfrage natürlich abgelehnt, weil nämlich der Name nicht bekannt ist. Die GEMA gab zu verstehen, dass die entsprechenden Künstler bei ihr mit einem Klarnamen geführt sind und deswegen der entsprechende Klarname da sein müsste. Also zum Beispiel DJ Q Pisse, da kann man nichts drauf bauen. Das heißt, dafür muss man am Ende bezahlen. Man konnte den Klarnamen allerdings nicht bringen, denn der originale Künstler, der hatte überhaupt kein Interesse daran, seinen Klarnamen herauszugeben. Der hat sich gesagt, ich habe mein Lied gemacht und jeder kann mit meinem Lied machen, was er möchte, aber ich verdiene daran gar nichts, also möchte ich auch nicht noch unbedingt irgendwo mit meinem Klarnamen stehen. Also ging die Nummer vor Gericht und wie schon gesagt, das Gericht bestätigte, wenn im Zweifel, dann muss an die GEMA bezahlt werden. Damit hätten wir also den Grund, warum einige Videos mit der GEMA-Blockade belegt sind, auch wenn die GEMA rein gar nichts damit zu tun hat. Egal, wer was in DE öffentlich aufführt, die GEMA verdient. Natürlich könnte YouTube zur GEMA gehen und den entsprechenden Antrag stellen, aber das wird natürlich wegen dem fehlenden Namen hier in diesem Fall schon wieder eng. Und zweitens sieht sich YouTube gar nicht als derjenige an, der das Lied aufführt. Und genau diese Ansicht wurde YouTube gegenüber auch schon von einem deutschen Gericht bestätigt. YouTube ist nur der Plattform-Anbieter. Der Lied-Anbieter wäre eigentlich der Uploader. Link dazu in der Beschreibung, haben wir vor kurzem schon ein Video drüber gebracht. Also bleibt nur noch der Uploader. Der müsste zur GEMA und es freistellen lassen. Aber natürlich nur, wenn der Künstler auch wirklich nicht von der GEMA vertreten wird. Also ich zum Beispiel. Ich lade ein Video von John Lajoie hoch, Link in der Beschreibung, und ich gehe zur GEMA. Und dann erteilt mir die GEMA die Freigabe, vorausgesetzt natürlich John Lajoie ist ein richtiger Name. Allerdings dann habe ich gleichzeitig eine Urheberrechtsverletzung begangen. Und das wird in Deutschland nicht wirklich gern gesehen. Dafür bekommt man dann eventuell den goldenen CDU-Schwarzgeldkoffer, aber gegen das Gesetz verstößt das trotzdem noch und damit funktioniert die Methode nicht. Müsste also John Lajoie selber hingehen und den Antrag bei der GEMA stellen. Aber ja, da können wir wahrscheinlich lange drauf warten. Denn ausländische Künstler interessiert das wirklich überhaupt nicht, ob sie in Deutschland gesehen werden. Die GEMA-Vermutung ist also der Grund, warum man an die GEMA zahlen müsste, auch wenn die GEMA rein gar nichts damit zu tun hat. Und damit ist die GEMA-Vermutung auch der Grund, warum gesperrt wird, was gesperrt wird. In Fachkreisen nennt man das übrigens ein Spiel nach den international anerkannten römischen Regeln. Das heißt, alles ist erlaubt, wichtig ist nur eins, am Ende muss einer ans Kreuz genagelt werden. Oder hier natürlich an die GEMA-Zahlen. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank.